So, wir wollen heute einige Übungen durchführen zur Prozentrechnung, Proportionalität, Antiproportionalität und vielleicht auch aus physikalischen Bereichen mal was. Und wir haben mal gleich folgendes Thema angefangen. Wir nehmen mal an, dass ein Jahr, ein Anum, ein A, entspricht 360 Tage. Das macht die Bank so. So, D wie D. Und nicht bloß das, sondern wir sagen, heute sei nicht der, doch, heute ist der Sechste, das passt ja. Und es sind gerade sechs Tage vergangen. 6D entspricht vergangene Zeit. So, und wir möchten wissen, wie viel Prozent des Jahres sind schon vergangen. Also, wir suchen den Prozentsatz, die echte Zahl, die dann über dem Hundertstel steht. Und dann hatten wir eben schon diskutiert, dann müssen wir ganz normal sagen, okay, diese 360 Tage, das entspricht dem Grundwert. Und diese vergangene Zeit ist der Prozentwert. Die sechs Tage sind also der Prozentwert. Was ist es wert? Und wir wollen aber diese Zahl, die über dem Hundertstel steht, haben. Also sagen wir, wir wissen ja, Grundwert mal Prozentsatz geteilt durch 100, Hundertstel pro Cent, ich erinnere nochmal, ist dann der Prozentwert. Wir setzen ein, 360 Tage mal, Prozentsatz wissen wir nicht, teilen das alles trotzdem durch 100 und den Prozentwert wissen wir schon, das sind sechs Tage. Stellt mal die Formel so um und ermittelt mal, was dann rauskommen muss für den Prozentsatz. So, ich werde es mal gleich sagen, also wir haben jetzt hier den Bruchstrich sozusagen verlängert, es wird alles mal genommen, was über dem Bruchstrich steht. Und wir können auch die Nullen wegstreichen, das heißt, wir haben durch 10 gekürzt. So, und jetzt sagen wir hinter dem Regiestrich mal 10, denn es stört durch 10 und durch 36 D Tage und dann müsste es schneller gehen. So weit sind wir dann hingekommen, jetzt haben wir das alles entsprechend umgestellt gehabt und schon mal gekürzt. Es bleibt 10 Sechstel oder 5 Drittel bleibt übrig. Das geht aber als Prozentsatz nicht. Wir müssen ja sagen, so und so viel Prozent und nicht 10 Sechstel Prozent oder 5 Drittel Prozent. Das macht sich blöd, da brauchen wir eine echte Dezimalzahl, eine echte Kommazahl. Dann hat er mal los. Wie machen wir es? Wahrscheinlich mit der Nebenrechnung, ne? Jo, jetzt haben wir das mit der Nebenrechnung rausgekriegt, ne? Hier 10 Sechstel sind 5 Drittel, 5 durch 3 ist 1,6 Periode 6. Da würde uns jeder normale Mensch im Laden zum Beispiel die Ohren vom Stamm hauen, wenn ich sage, ich bekomme von Ihnen 1,6 Periode 6 Euro oder in 1,6 Periode 6 Tagen oder das ist keine gute Angabe für einen Prozentsatz. Da sagen wir dann, in diesem Fall dürfen wir runden. Können wir sagen, der Prozentsatz ist korrekterweise zwar 1,6 Periode 6, aber wir schreiben den dann nochmal richtig hin. Und jetzt muss ich eigentlich runden, 1, ohlala, ich will jetzt keinen, ich möchte keine Sicherung, 1,67 oder wenn es genauer verlangt würde, aber das reicht hier in diesem Fall. Dann runden wir die ganzen Sechsen, die hier hinten alle kommen würden, auf 7 auf. 1,67, das ist eine praxistaugliche Angabe. Also, Antwortsatz muss dann heißen, es sind 1,67 Prozent des Jahres vergangen. Das war jetzt eine vollständige Aufgabe, wir werden es jetzt in der Folgezeit kürzer darstellen, damit unser Video nicht zu lang wird. Gibt es Fragen bis dahin? So, jetzt ist folgendes gegeben. Wir sehen ein Verkehrsschild, da drauf steht, 4 Prozent Anstieg. Andersrum der Berg, dann wäre es Abfall. Also, ging es herunter. Das bedeutet aber auf 100 Meter, 4 Meter Höhengewinn. Mehr ist das nicht. Das ist das Prinzip. So, jetzt ist aber nicht jede Straße genau 100 Meter lang, sondern jetzt machen wir mal folgendes. Wir nehmen mal, ja, was wirklich jetzt gegeben ist, ist ein Berg mit 30 Meter lang und 5 Meter Höhengewinn. Wie viel Prozent entspricht das, das hier? Machen wir es ein bisschen schöner, machen wir 40 Meter, damit es ein bisschen glatter zu rechnen ist, damit ihr euch nicht einen Wolf rechnet. So, das ist wirklich gegeben. Also, hier, darum geht es. Und wir wollen wissen, gesucht, ich mache das in diesem Fall darauf bezogen, das war, um das Prinzip zu klären, wie ist der echte Anstieg, also, wie sieht das Verkehrsschild aus, was steht hier drin? Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt haben wir folgendes gemacht. Wir haben gesagt, wenn Dreiecke, wenn ich dieses Dreieck auf 100 Meter vergrößere, dann muss er natürlich auch aus den 5 Metern etwas Größeres werden. Das sind einander ähnliche Dreiecke. Das hatten wir hier eben schon geklärt. Kann man in Geometrie dann nochmal deutlicher machen. Aber, bis dahin haben wir es erkannt. Wir haben zweierlei Gleichungen aufgestellt. 5 Meter verhalten sich zu 40 Meter wie x zu 100 Meter. Wenn ich das umstelle, kommt raus 12,5 Meter. Jetzt hat ein anderer Schüler eine Idee und hat gesagt, ich sage einfach, 100 Prozent verhalten sich zu 40 Metern wie ein Prozentsatz, den ich dann sowieso rauskriegen will im Verkehrsschild, steht ja auch sowas, zu 5 Meter. Gar keine dumme Idee, denn wir kriegen hier sofort raus 12,5 Prozent. Was tun? Was ist richtiger? Was ist falscher? Gucken wir uns mal an. Hier kriegen wir Prozent geliefert. Hört sich gut an. Was könnte man noch machen? Was ist, wenn ich hier aus diesem Ergebnis, dieses x, wenn ich dann sage, das sind 12,5 Meter zu 100 Meter. Das ist dann hier, das stünde dann hier. Hier oben steht dann ein 12,5 Meter drauf. Wie sieht denn das aus, das hier? Wenn ich nämlich hier die Meter rauskürze, habe ich 12,5 Hundertstel. Und das sind 12,5 Prozent. 12,5 Prozent heißt ja Hundertstel. 12,5 Prozent. Wir haben es also auf beiden Wegen rausbekommen. So kann man es machen. Jetzt klären wir erst mal Fragen, die es noch gibt. Also, wir waren gerade bei solchen grundsätzlichen Fragen angelangt. Ein Zehntel, wie viel Prozent sind das? Das entspricht also, wie viel Prozent? Das sind 10 Prozent. Warum? Die Begründung ist einfach. Aus einem Zehntel, Prozent heißt Hundertstel. Also muss ich hier Hundertstel machen. Ich nehme also hier mal 10 und hier mal 10. Das heißt, erweitern, sagt man dazu. Dann habe ich 10 Hundertstel. 10 Hundertstel sind 10 Prozent. Andere Sache. Eine Dezimalzahl. Nehmen wir mal an, es steht da 0,03. Wie viel Prozent entspricht das? Richtig, das sind 3 Prozent. Begründung ist wieder relativ einfach. Ich habe hier zwei Stellen. Das heißt, hier habe ich drei Hundertstel. Drei Hundertstel sind drei Prozent. Und so weiter und so fort. Eine andere Frage. Wenn zum Beispiel, ja, 30 Euro entsprechen 25 Prozent, das sei gegeben. Frage, wie viel entsprechen dann, also, ich schreibe jetzt mal ein X hin, entspricht dann 100 Prozent. Kann man im Kopf lösen. Aber wir schreiben es dann hin. Ganz genau. 25 Prozent mal 4, dann komme ich auf 100 Prozent. Also muss ich 30 Euro auch mal 4 rechnen. Ganz genau. Also, die Lösung ist im Prinzip so. Ich könnte sagen, jetzt wieder als Verhältnisgleichung. 30 Euro verhält sich zu 25 Prozent, obwohl das hier, weil es so leicht ist, wie mit Kanonen nach Spatzen geschossen ist. Und dann kann ich hier das X draufsetzen. Das ist aber dann hier, was für ein Ding hier, das X. Ich schreibe mal in unserer Prozentsprache was hin. Was ist das dann? Ne, ich glaube eher der Grundwert, ne? Bei 100 Prozent kommt der Grundwert hin. Nochmal ein Tipp. Wenn ich zum Beispiel sage, zwei Fünftel, wie viel Prozent sind das? Zwei Fünftel entspricht also, wie viel Prozent? Dann sage ich, okay, hier muss ich auf Hundertstel kommen. Prozent heißt Hundertstel, also nehme ich hier mal 40, hier auch mal 40 oder hier, ne, mal 20, ne? Das fange ich auch schon an. Mal 20, dann habe ich 22. Also 40 Hundertstel, also 40 Prozent. So funktioniert es. Mal eine andere Übungsaufgabe. Ein 125. Möchte ich bitte in Prozent haben. Jetzt macht mal was draus. Gut, jetzt haben wir die Lösung 0,8 Prozent. Warum? Wenn ich den ganzen Kram hier und hier mal 8 nehme, also mit 8 weitere, dann habe ich als Zwischenlösung 8 Tausendstel. Ich möchte aber Hundertstel haben. Also, ich muss durch 10 teilen. Also muss ich hier auch ein Komma setzen. 0,8 Prozent. Entspricht also 0,8 Prozent. Das ist das Ergebnis. Gut, ähm, andere Frage. Ne, ich mache es mal in schwarz wieder. 0,037 entspricht wie viel Prozent? Natürlich, ich habe hier drei Stellen. Das wären 37 Tausendstel, ne? Aber, ich will auf Hundertstel hin. Also, so sieht das dann aus. 37 Tausendstel. Ich möchte aber auf Hundertstel. Ach, sag das auch noch und mach's nicht. Ich möchte aber auf Hundertstel, dann muss ich oben und unten durch 10 praktisch teilen. Hier ergibt das Hundertstel. Und hier ein Komma gesetzt, ne? Eine Stelle durch 10. Eine Stelle. 10 hat eine Null. Also habe ich 3,7 Prozent. Ganz genau. Schön. Was gibt es noch für Bosheiten im Leben? Ach so, ja. Meinetwegen, äh, 23,75 Prozent. Das bitte als Dezimalzahl. Also. Eine. Na, ich schreibe das jetzt nicht als Basis. Eine Dezimalzahl. Ich mach's mal so. Gut, Ergebnis ist in diesem Fall, es gibt zwei Wege. Entweder ich teile alles durch 100, dann habe ich es auch als 0,2375. Oder ich sag ganz einfach, 23 Prozent wären 0,23 und die 7,5 hänge ich einfach dahinter. Egal, wie auch immer, die Zahl heißt dann 0,2375. Das wäre die Dezimalzahl dazu. Äh, ja. Ja, ich mach das jetzt erst mal so. Ich halt mal hier dieses Video an. Wir machen einen zweiten Teil davon. Von dieser übenden Wiederholung. So kann man es ja mittlerweile sagen. Wir haben ein neues Jahr, neues Glück. Also das wird dann hier an der Stelle, wenn ich es nicht vergesse, einen Verweis geben auf den zweiten Teil. So, das Video an der Stelle ist erstmal Schluss. So, das Video an der Stelle ist erstmal Schluss. So sieht man ganz остав I. Also nehmen ich eins aus. Vielen Dank.